So, hallo, wir machen weiter mit Kaizo 3 Part 6 mittlerweile. Hoi! Und der Nico ist immer noch dabei. Selbstverständlich, denn er wird das ganze Projekt über dabei sein. Vielleicht auch nicht. Waaah! Oh, die, oh ne. Oh, jetzt, jetzt geht der Evil Shit los. Okay, ich sollte nochmal neu rein. Hopp, hopp, hopp. Ach, du Scheiße. Hopp, 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 okay. Jetzt geht der Evil Shit los. Was? Ach, ich muss die die anschließen. Ja, die die von selbst verändern die sich nicht. Ja, gerade eben schon. Ja, gerade eben. Aber das Viech, was das verursacht hat, ist schon wieder weg. Richtig. Ich verscheuerte das. Ich verändere sich trotzdem nicht von selbst, sondern das war einfach ein Kuchen, der da dran geschossen hat. Ich sag ja, das Viech, was dafür gesorgt hat, ist schon wieder weg. Also von selbst, das kriegt der Ersteller von Kaiser nicht hin. Das kriegt die Blöcke von selbst Ender alle paar Sekunden. Das kannte ich nicht. Ach man. Also man muss ja auf die Noob-Variante zurückgreifen, die mit den Koopas. Das geht ja gut los hier, das Video. Ach. Das Level ist Evil Shit. Ach, machen wir das anders. Komm, hier irgendwie so und... Scheiße. Warte mal, kann ich vielleicht? Du kannst den Block ja auch einmal nach oben klonen und dann drauf springen. Ja, das kann ich auch. Ihr Ernst? Das meinte ich jetzt weniger. Ich meinte ja das hier. Oh. Ja, vielleicht brauchst du die Shell ja auch noch. Nee, die ist ja hier dann zum Wegschmeißen gewesen. Außerdem krieg ich hier schon eine neue. Hast recht. Da kannst du dich ja jetzt freuen und dir ein Eis backen. Ach du Scheiße, ich seh's. Ach so. Ah, jetzt. So. Wieso? Nein! Ich brauch die doch noch. Wie mache ich das denn jetzt am blödsten? Ich muss die irgendwie stoppen. Oder so? Nee. Ja, ich muss... Hat schon gepasst im Print. Ja, doch, das passt schon so. Nein, ich muss die wieder fangen. Nein, wieder fangen. Ja, perfekt. Und rüber. Nico? Ja? Nicht rumdeppeln. Ich depple jetzt rum. Ich bin... Ich bin... Ich bin ein verwirrtes Viech. Mit tiefer Stimme so... Ach du Scheiße. Ich überlege mir noch, wer ich genau bin. Wer willst du sein? Nicht mal. Ach fuck, wie ist das? Ach, das ist ja doof. Hm? Hopp! 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 Ah, jetzt ist das alles... Wie, jetzt ist alles aus? Aber entweder das eine ist an oder das andere. Wie sehen sie jetzt beide aus? Ja, das verstehst du nicht. Vorhin war doch auch das eine noch an, während das andere aus war. Ach so! Ja, natürlich. Es war ja eben aus. Ja, genau. Ach, das schaffe ich nicht. Ja, jetzt! Ach, Mann! Dann dieser rosa Hintergrund von diesem Level. Ich finde das einfach so göttlich. Ja, das ist genau deine Farb, ich weiß. Nee, eben nicht. Aber du weißt es. Ich finde das einfach so lustig. Ah, jetzt weiß ich das mal. Sonst macht er auch keine Custom-Paletten. Aber hier einfach mal rosa. So, machen wir das. Jetzt habe ich es raus. Mann, bin ich bescheuert. Ernsthaft. Wow, ich bin echt so doof. Das gibt es gar nicht. Boah, bin ich bescheuert. Dass ich das nicht gesehen habe, das ist ja schon ärgerlich. So ein bisschen. So. Okay, dann machen wir es mal. Ich weiß, was du machst, ist ärgerlich. Du kannst doch nichts. Du bist doch nichts Nutz. Den hier. So, super. Und dir wird die was werden können. Ach, du Heiliger. Aber es ist alles noch nie so schlimm wie bei Sony. Oder wie bei Puzzle World 5. Äh, nee, wie hieß das? Puzzle Project 5. Das hier sind ja keine Puzzles. Das ist ja ein. Nee, das ist ja Kaiser. jetzt springe ich einfach auf glück das ist es angehalten auch kommen scroll nach links ja ich muss aber gleichzeitig springen ja nein nein aha ich kann in der luft scrollen ne was ich kann in der luft so bisschen scrollen ah scheiße na gut war das jetzt wirklich ein wert diese feststellung ja alter alter gleich bist du wieder ganz nein dein scheiß coinblock dahin gesetzt ja leck mir doch die füße was ist das denn ja ach so dumm dumm oh die feld etwas langsamer als erwartet genau da ist was okay bisschen länger warten das ist blöd oder nein was ja du musst genau dazwischen sein man hätte es auch enger machen können das ist ja viel zu einfach oder du magst es doch du magst es doch wenn es etwas enger ist oder joshi kommt da einfach mit joshi runter ey ich fasse es nicht ne komm doch mal runter alter so was mach ich denn für quatsch nicht wieder rüber was machst denn du nein was machst denn du Niko ja nisch abdrehen ich dritte nicht ab Niko ich weiß gar nicht was du mein ich weiß gar nicht was du meinst ich weiß gar nicht was du meinst sonst muss man die Aufnahme unterbrechen ich unterbreche der Auflaufer gleich selbst ja ich schmeiß dich gleich aus ne was wir eh nicht doch nein klar so schlimm ist es doch gerade noch gar nicht ne es nervt aber mach es einfach nicht ich hab auch den Eindruck ich mach das hier falsch gerade ich weiß gar nicht was du machst du machst nee du solltest vielleicht mal versuchen mit dem joshi wieder auf die Platzform zu kommen so natürlich Dankeschön dann könnte das vielleicht auch ein bisschen einfacher äh ist auch nicht viel einfacher kann ich den essen aaaah hopp und dann aaaah ok aaaah ok aaaah ok wir wollen sowas hier machen aaaah 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 ach du scheiße aaaah oder kann ich da so ran hüppen und dann ne ich muss schon wieder auf das joshi zurück ne ja es ist ja es ist ja es ist nur blöd wenn er mal so nach drüben abhaut einfach gerade runterfallen wir am besten ich bin gleich ein wenn du ins Bett willst ist kein Problem nee aber bei dem hier das ist diese rosa Hintergrundfarbe die wirkt die wirkt so weißt du so 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 einschläfernd hallo Koopa ist das gut dass der getötet wird tja lucky to fishbone ah jetzt 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 ich hatte es doch gerade fast ja geht doch und hier ist der midway point damit ist egal was da oben mit dem Koopa war oh oh Gott was du nicht ach Gott ach Gott ach du scheiße solltest schnell nach rechts rennen kommt man denn was anderes solltest du nicht tun du solltest dich vorher klein machen und dann schnell nach rechts rennen also im Raum vorher ich überlege gerade ich überlege gerade ich bin auch blöd so ich glaub ich glaub oh scheiße ich muss die Koopa ich muss die shell mitnehmen ein langen weg ja die shell hat noch viel vor sich fuck aber ich hab jetzt kaum noch Platz hier das haut nicht hin richtig du schaut nicht hin okay zurück wir machen uns klein nein so hab ich gut gemacht na gut aber das kriegen wir jetzt hin das haben wir jetzt gerade eben schon immerhin gekriegt ja so leicht ist es manchmal nicht sorry Leute ach sie sind das doch schon gewohnt dass du plötzlich wieder bei der Stelle bist ich muss mich trotzdem entschuldigen für so einen Scheiß ach ich war doch schon drüben Mist ach ne eben ich war ah jetzt kann ich nicht mal mehr zurück morgen ist Silvester ne ich hätte mich umbringen sollen dann wäre ich einfach klein rausgekommen weißt du halt warte mal heute ist ja schon Silvester heute ist Silvester wir sind ja schon wir haben ja schon 0 Uhr geil cool voll Feierlaune hier der Yoshi geht auch der Yoshi geht auch voll ab siehst du mhm hehehe ach man ich hatte es doch vorhin so eine Scheiße so slowmo das ist nicht ja mein Name hey Yoshi der wenn du den hier runter du bist ja in Wolken wenn du den hier runter schmeißt dann fällt er zurück auf die Erde und dann feiert er ab in Discos so geht doch egal wo er landet zack zack ach hier ist sogar ein Manscho zum Kleinmachen ja lol hoch so nächster Versuch ne das reicht nicht ne das reicht nicht am Anfang muss ich schon mit der Cooper gegen den und aufkämpfen naja das reicht auch noch nicht Cooper schreibt mal mit ER so jetzt weil jetzt playst du eigentlich äh wie heißt es doch gleich Chaos Komplex gar nicht nicht oder den kennt doch schon mittlerweile jeder der ist auch nicht anspruchsvoll also da brauchst du nix mehr zu playen ja genau so nee ah leck wie ja leck wie Colin leck wie hä wie kann ich ihn den drücken und gleichzeitig ne da oben muss noch eh wieder reaktivieren ach der muss nur kurz da durch ach ach du heilige Kacke Makalatschi zu schwer warst du nicht oder naja das war alles die Makalatschi Magie was laberst du schon wieder für nen Stuss ist egal nein doch andere das Player labern auch Stuss ja so ich weiß wenigstens dass ich Stuss labere ist ein Argument oder nein wieso nicht wird nicht besser dadurch wird nicht besser dadurch alter wie mach ich das denn jetzt hier ich hab das Gefühl der ist schlecht getimt kriege ich den hin so der ist doch unmöglich eigentlich nee der haut nicht hin zurück 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 hab ich gesagt zurück hab ich gesagt der haut hin irgendwie oh god ey wenn ich diesen scheiß Switch schon aktiviert hätte ne ja jetzt haut der hier auch hin der war der war der war schlecht der ist schlecht gespawnt deswegen das ging nicht es ging wirklich nicht okay na dann ist ja gut ach du heilige was tja so ist das halt im oberland ist da jetzt so ne nico ich schmeiß dich echt raus was denn ey wenn ich das einmal sag du hast gesagt du machst jetzt im let's play kein das erinnert doch an die guten alten nein du hast gesagt du machst jetzt im let's play sowas nicht mehr ich mach das doch auch nicht mehr ich hab das einmal gesagt ja 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 bei dir weiß man das das wirkt erst wenn man es spammt nee das reicht bei dir ein einziges mal das ist schon nervig genug das ist nicht nervig ich kann auch gerne meine Wii ausschalten und die leute damit zu labern weil ich es immer noch nicht geschafft habe sie läuft immer noch ja und das meine ich ernst also wieso ich das denn gerade nicht hin also sie läuft echt noch ja nico halt jetzt mal kurz die Klappe ich muss mich hier konzentrieren das Level ist nervig genug da brauche ich die nicht auch noch das Level ist doch cool slow mo sonst wird das nix schade hätte ich gerne ohne slow mo gemacht naja mit slow mo ist es wieder viel zu einfach der muss hier hoch der muss hier hoch der muss hier hoch ja mit slow mo ist es wieder viel zu einfach naja egal sehr geil hat man das gehört ja nicht von dir oh mit dir hat man gar nichts gehört was immer du wieder gemacht hast ich habe eigentlich mein Headset bald weggelegt und mich dann gekratzt am Ort nein das hat man nicht gehört durch kann schon sagen wie konntest du das hören ich habe mein Headset zwei Meter weggelegt damit das nicht gehört ist also für die Aufnahme jetzt kann man mit dem P-Switch jetzt hier ja von rechts Mischung Schwitsch so wird es doch auch ich will auch sehr gerne Hohen und Zwitsch auch 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 ich schmeiß dich raus ehrlich in den Weg neben die letzten du hast gesagt du bist nicht mehr aufgedreht dann seien sie auch bitte auch nicht aufgedreht wird stimmt doch gar nicht natürlich stimmt das vergleicht das doch mal mit Donkey Kong hörst du dann in der Aufnahme mal an ja mach ich alles was sinnlos ist es nervig braucht es nicht es braucht einige Sachen nicht so aber die Welt hier kann ich wieder rauslassen wird die Frage ist ihr wart nicht was wot nicht scheiße ja ach du heilige Kacke oh dieses Level das ist echt evil shit schön oder nein ich muss den hoch das Level ist toll oder ich muss den hochdrücken wieder ja und es war bevor der ja kacke ah nee nee ja super so ist scheiße Mist so komme ich nie weiter der muss andersrum was der war gerade eben noch nicht da ja so ist richtig nein jetzt wird er nicht angeschossen oh das darf ja die Wahrheit dann kriege ich hier was kriege ich denn dann hier ach ein piece ein grauen piece wird schon okay ich verstehe und dann haben wir es geschafft dass da hätten gelbe Switchbrücke sein sollen am Ende dann haben wir das Level ja gleich hinter uns wenigstens du weißt ja nicht ob es noch weiter geht ach leck mich doch aber um dich mal zu spoilern du hast es geschafft dann ja das ist mir schon klar oh nee ernsthaft oh mein Gott schaffst du schon noch oh ist das doof oh ist das dämlich oh ist das dämlich so dämlich finde ich das gar nicht gerade eben hat sie das doch auch geschafft oder nee das hier eigentlich noch nicht und hier ist nur ein einziger Block keine drei ach ne endlich ach halt 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 so weck mich ja kommt jetzt vielleicht mal was runter warte oh ich hätte nicht vorspulen sollen das ist genial alter das ist einfach nur genial ach komm alter leck mich am Arsch was für ein doofes was ja genau schmeiß die Blume weg die sind jetzt kaputt oh mein Gott ja für zwei Minuten den Partkampf schon wieder beenden ich bedanke mich fürs Zuschauen sorry dass ich genervt war Nico ist schuld so ja genau nein das Level und Nico sind schuld äh und ich auch tschüss bis zum nächsten Mal tschüss nehmen wir das jetzt gleich noch auf ja klar ja du musst ja auch noch den Secret na egal tschüss yo